Hallo, 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 weiter geht's mit der Monster Hunter Challenge, willkommen dazu, ich bin der Lars, ich begrüße euch ganz herzlich, gerade eben wieder da, Wochenende ist gestartet, 13 Uhr, ich freu mich, und wir schauen erstmal im Waffenzaubladen, gerade in die Stadt war abgeholt mit 470 Gold, mh, nicht schlecht, erst schlecht, wir schauen mal eben, was wir für Alters bekommen haben, gestern hab ich angesprochen, wir brauchen ganz, ganz viel Glück im Waffenzaubladen, damit wir ein bisschen vorankommen, mal schauen, Waffenland, oh, da haben wir schon mal zwei, zwei Waffenland, wunderbare Waffenmalucken, ob die was bringen, die Waffe ist schon mal scheiße, das ist auch kacke, 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 oioioioioi, 106, ah, für einen Pilz, wollen wir einen Pilz investieren, ich glaub, wir müssen das machen, wir haben null Pilze, scheißegal, wir bekommen eh einen im Zauberladen, was haben wir hier, keine Tränke, wieso, Spiel, oh, ein Ring, ja, toll, da hab ich einen besseren, verdammte Scheiße, brauchen wir doch, wir brauchen da schnell eine Quest annehmen, sieben Minuten, sieben Minuten, drei, das ist ja eine Kack-Quest, das ist eine richtig beschissene Quest, nehmen wir die für sieben, nennen wir die auch kurz, damit wir schnell das Ganze bekommen und in der Zeit noch weiter aufnehmen kann, beziehungsweise kurz abwarten kann, in der Gilde geht's auch fleißig von, oh, wir haben einen Angriff, haben wir den gewonnen, den gibt's ja XP, den gibt's XP, wer hat sich gemeldet, bekommt XP oder was, wir verliehen eh immer, von daher passt das Ganze schon, also kann man sich eh melden, dadurch bekommen wir keine extra XP. Okay, ich werde jetzt auch keinen Dungeon-Try machen, sondern wir warten jetzt kurz die drei Minuten, einen kleinen Moment, wir sind gleich wieder da, ich schnipse einmal und dann ist das Ganze schon passiert, bis gleich. Wieder da, oh, 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 den Pilz, den Standard-Pilzwaffen, Waffe gönnen, jawohl, wir gönnen uns das ganze Gerät hier, yeah, einen Pilz opfern, scheißegal, wir brauchen eine geilere Waffe, gut, die Damage-Upgrade bitte anschauen, oh, nochmal anschauen, Moment, und, 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 Hand in die Hose, jawohl, oh, sehr genial, weg mit der Rotze hier, sehr schön, den Rest frei skillen wir jetzt, und werden dann angreifen gehen, warum, weil wir das einfach nur können, wir werden einfach alles vergenussferkeln, oh, schaffen wir auf 24%? Ja, 24%, sehr genial, also Crit natürlich, und den Rest, ja, dann, ja, da ein bisschen, da ein bisschen, neben Achtsroute darf man nie vergessen, sehr schön, Arena-Kampf, random gegen, einfach gegen Stinky, hallo Stinky, ich hab gegen dich gebraucht, Stinky, 12 Gold, dankeschön, Stinky, immer noch 12 Dungeon-Talien, hab ich das nächste Mal geschafft, und jetzt, mit der neuen Waffe, Mr. Stein-Giganz, die können mir gefickt, einmal die Eier lutschen, ich werde die jetzt eiskalt wegklatschen, und zwar mit einem richtig fetten Heap, Stein-Gigant, ihr sind kein Gegner für mich, ich werde sie jetzt besiegen, oh, scheiße, er blockt alles, oh, Mist, er macht so viel Damage, fuck, das wird nichts, warum trifft er mich jetzt die ganze Zeit, bei den letzten Triften bin ich nur ausgewichen, dankeschön, verdammte Scheiße, ja, 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 er kann uns mit einem Crit vergenussferkeln, er kann uns mit einem Crit richtig hart vergenussferkeln, hör auf zu Critten, hör allgemein auf, irgendwas zu machen, bitte nicht, nein, es war so klar, Leute, es war so unglaublich klar, oh, ich bekomme gleich Depressionen, ich raste gleich völlig aus, meine Fresse, wieso spielen, wieso dust du mir das an, bitte hör auf damit, so Leute, ich spiel mal Alu, wir sehen uns gleich wieder, beim nächsten Try, oder bei irgendwas Tolles, vielleicht, bis dann, ich muss gleich vereinfachen, so, bin wieder da vom Friseur, haha, ich war mal ein Friseur, hab ein Dungeon Key bekommen, jawohl, wunderbar, kann die nächste Alu-Klinge abschwer, 300 Gold, werde erstmal das ganze Gold jetzt verskillen, und wir werden dann versuchen, auf jeden Fall, noch was zu reißen im Dungeon, ich bin gespannt, ob wir es schaffen, erstmal Ausdauer und ein bisschen Geschick hier rein, Wunderbärchen, alles draufgeskillt, dann passt das, jetzt gehen wir in den Dungeon und versuchen, natürlich erstmal die Tür aufzumachen, natürlich kommt die Kanalratte, ich muss mal kurz nachschauen, ich weiß gar nicht, wer als erstes dran ist, ja, ich hab den Key jetzt nicht verkauft, ist mir auch wurscht erstmal, wir gucken erstmal Kanalratte oder der Steingigant, der Steingigant, kleinen Moment, ich guck mal eben, der letzte, nämlich nicht der schlauste, so hab ich die Kiste geöffnet, also, die Minen von Gloria, 5 von 10 ist Sisboy, der Steingigant mit Stufe 38, dann kommt der Fleischgolem, 9 von 10, Stufe Nr. 40, Krieger und nochmal ein Krieger, und die Kanalratte ist 32, das heißt, wir müssen jetzt die Kanalratte, müssen wir Kanalratte um klatschen, klatschen wir Kanalratte um, Kanalratte bitte verrecke, das wäre der nächste Dungeon, Stufe 32, nur die ist drin, die Kanalratte ja voll, Leute, ein Licht weiterer Dungeon, ja, wieder kein Epic, wieso, Spieltus mit das, na egal, was war denn hier, Geschick brauchen wir denn hier, Geschick Intelligenz, mit 28 Geschick, können wir mitnehmen, wäre ein Update, ob sich das lohnt, weiß ich nicht, was haben wir denn noch zur Auswahl, also den Ring brauchen wir schon mal nicht, das dauert, 3 Minuten 30, gibt 1000, wir hätten noch 7, ja, sind eh alle beschissene Quests, von daher nehmen wir das mit, und ziehen wir das gleich mal an, dann haben wir neue kleine Boots, Sneakers, goldene Sneakers, und die können wir uns mal, und dann sehen wir uns gleich mal wieder, in einer Stunde, wenn der nächste Trial ready ist, bis dahin, tschüss. So Leute, sind wir wieder da, bei der Monster Hunter Challenge, ähm, es sind wieder ein paar Stühnchen verbracht, beziehungsweise vollbracht, und zwar der nächste Tag ist schon angebrochen, deswegen schauen wir nicht in Waffen und Zauberladen, sondern werden als erstes, auf jeden Fall mal einen Redenkampf machen, gegen einen random mäßigen, namens Heyho 12, hallo, oh, Heyho 12, gibt natürlich 34 Gold, muss man sich ein bisschen merken, im Hinterpübchen, beziehungsweise allgemein im Hinterkopf, dass der Kollege 34 Gold gibt, der Heyho, dann skillen wir den Rest nochmal rein, 34 Gold haben wir hier auf der Tasche, da würde ich mal sagen, und dann skillen wir auf, I don't know, Z's and Z's and Z's, in der Taverne sehen wir schon, was ist, noch gar nichts, warum ist noch kein Event, ach ja, wir sind noch nicht Level 50, deswegen sehen wir noch nicht das Epic Event, denn es ist schon der Samstag, also es sollte auf jeden Fall schon das Epic Event sein, wir gehen in den Dungeon, und werden jetzt auch wieder versuchen, als nächstes, lass mich doch mal nicht lügen, wer ist denn dran, der, die Staubfledermaus oder der Steingigant, einen kleinen Moment, da hat der Lars seine schlaue Seite aufgemacht, und zwar die Staubfledermaus, im dritten Dungeon, der zweite Gegner steht mit 36 da, und der Steingigant ist natürlich mit Stufe 38, also er ist die Staubfledermaus, die Staubfledermaus, 36, das können wir schaffen, mit der neuen Waffe, 600 geschickt, verdammte Scheiße, weich nicht so viel aus, du dreckiges Stück, du dreckiges Stück Fledermauskot, bitte, 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 oh nein, 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 das wird doch mal, ja, danke schon, ja, ja, nein, ja, nein, 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 das war's, verdammt, ich hab ihn nicht mal einmal mehr getroffen, verdammte Scheiße, die Staubfledermaus ist auf jeden Fall drin, Leute, wir brauchen ein etwas mehr Glück, beziehungsweise etwas mehr Ausweichlack, dann liegt's in 59 Minuten, melde ich mich wieder auf jeden Fall, ich werde meine Adrie jetzt wieder zocken, werde das Ganze wieder angehen, und dann werden wir auf jeden Fall sehen, wie es hier abgeht, wir gucken mal eben kurz in der Gilde vorbei, wir haben einen Kampf, okay, werden wir schätze ich wieder verlieren, na toll, und wir gucken mal eben von den Dungeons, also ich stehe zur Zeit immer noch mit 30, ich muss sagen, ich hab ein bisschen was verpasst, weil ich halt, ne, wie es bestatt, 13, der Bivor steht hier mit, Terranigma mit 20 Dungeons, oh, schon 20, dann haben wir hier 15 beim Han Rizal, 15 mein Bivor, 18, 18, 15, oh mein Gott, bin ich schlecht, 16, 17, es liegt auch daran, dass ich eingeschlafen bin, und den ganzen halben Tag nicht gespielt habe, Entschuldigung, 16, 18, 14, oh mein Gott, 15, 15, 15, 14, 15, 15, 13, ich bin so schlecht, ich bin mal gespannt auf den nächsten Tag, wie wir natürlich den Waffenzauberer wieder reinlucken, was da so abgeht, wäre es für's, war für's SA, genau, für's SA, was denn sonst, es wäre schön, natürlich wäre es schön, so Leute, dann würde ich mal sagen, war es das von diesem Tag, von der Monster Hunter Challenge, ich weiß gar nicht, wie lang das Video ist, weil ich 5000 verschiedene Aufnahmen gemacht habe, ich hoffe mal, es hat eine akzeptable Länge, wenn nicht, tut es mir leid, ich kann es nicht garantieren, Leute, ich bin total verpeilt, ich habe den ganzen Tag verpennt, und bin jetzt wieder aufgewacht, es ist jetzt 7.30 Uhr, gerade eben aufgestanden, ei, 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 so kann es passieren, wenn man um 19 Uhr auf dem Freitag einschläft, und um 7, um, um, um halb 7 wieder aufsteht, es ist der, ne, um halb 8, Entschuldigung, um halb 8 wieder aufsteht, ei, 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 na egal, wir wissen jetzt, wen wir angreifen können, wir fehlen 30 Gold, das passt auf jeden Fall schon mal, da bin ich schon mal etwas glücklich, ich kann ein bisschen farben, ich werde auf jeden Fall jetzt weiterspielen, wo die anderen jetzt alle schlafen, werde ich versuchen, das Ganze aufzuholen, und morgen werden wir auf jeden Fall mit unseren 5000 Dungeons uns wieder zurückmelden, ich werde es nicht aufgeben, Leute, ich werde nochmal meine Arschbacken zusammenkneifen, und werde versuchen auf jeden Fall, noch es zu reißen, es zu drehen, und ich werde versuchen, ganz viele Dungeons noch zu schaffen, ich hoffe, ihr drückt mir die Daumen, indem ihr ein Like drückt, und wenn es euch gefallen hat, lasst es mich wissen, wie gesagt, ihr wisst Bescheid, ihr seid ein Haufen superneiser Boys, reingau, und bis zum nächsten Mal von der Monster Hunter Challenge, Tschüssi, nice.